Was ist die ethischen Normen? Moralisch-ethischen Regeln unterliegt. Und da gibt es die Leute, die sagen, ja, sie muss so designt sein, dass sie genau sehr robust ist gegen all diese Dinge und völlig neutral agiert. Und es gibt ein anderes Lager, das sagt, auch eine Blockchain ist nur die Summe ihrer Nutzer. Und wenn sich die Nutzer entscheiden, dass sie bestimmte Dinge sanktionieren wollen, dann ist es in Ordnung und sie können die Regeln ändern. Sozusagen Entscheidungen, was man auf einer Blockchain darf oder nicht darf, ist immer noch die Summe aller Stakeholder einer Blockchain. Und natürlich können wir die Regeln ändern, wenn sich dafür eine Mehrheit findet. Das ist bei jeder Blockchain so, auch bei Bitcoin. Es ist auch die Frage, wie wir die ethischen Normen, die wir etabliert haben, also die im Traditionellen, im Trade-File gelten, im Traditionellen Finanzsystem gelten. Da gibt es so ein paar Dinge, die sind im Prinzip international anerkannt als Verhaltensregeln, die gelten. Und die praktisch in jeder Legislation dafür entsprechende Gesetze in leicht unterschiedlicher Ausprägung, aber alle sagen, es gibt dasselbe hinterlegt. Also eine Sache, über die sich eigentlich alle einig sind, ist, dass beim Aktienhandel Insider-Trading verboten ist. Wie genau Insider-Trading definiert ist, also was das jetzt konstituiert und wann es okay ist, das unterscheidet sich natürlich. Aber grundsätzlich darf niemand andere Leute dadurch übervorteilen, dass er oder sie Informationen hat, die ihm einen besseren Trade ermöglichen, weil er aus dem Innenbereich, aus dem inneren Kreis eines Projektes einer Firma kommt. Und in Krypto gibt es diese Regel ganz offensichtlich nicht. Es ist fast schon cool, so mit Alpha, nennt sich das, mit Alpha-Leaks um sich zu schmeißen. Oder eben nicht um sich zu schmeißen, sie zu haben, darüber zu agieren und das ist nicht anders als Insider-Trading. Du hast einen Informationsvorsprung, weil du mit dem Projekt eng verbandelt bist oder weil dir jemand etwas gesteckt hat, heimlich. Und mit diesem Informationsvorsprung hast du Geld, das ist Insider-Trading. Und ich muss aber auch sagen, dass ich mich in den letzten Monaten verstärkt mit dem Thema Bitcoin beschäftigt habe, weil ich so das Gefühl habe, und was heißt Gefühl, es ist wahrscheinlich auch Realität, dass die ganze Welt irgendwie alle Probleme, die die Menschheit so verursacht, auf Bitcoin draufkippt. Und sei es das Klimathema, sei es Terrorismusfinanzierung, sei es das Thema Geldwäsche, sei es das Thema Spekulation. Das ist ja auch alles etwas, was Johannes jetzt gerade so angesprochen hat in verschiedenen Aspekten. Wo es dann auch um die Frage geht, trägt denn da jemand Verantwortung? Brauchen wir vielleicht Verhaltensregeln für alle? Und das sind halt so drängende Fragen, die gerade auch, was Johannes gesagt hat, das Thema Dezentralität zulaufen. Ein bisschen Paradox bündeln die sich sozusagen darin, weil in der Dezentralität gibt es keine Verantwortung einer zentralen Figur oder eines Akteurs. Das ist so das Grundthema. Und die zwei Pole fand ich auch schon super, wie Johannes das dargestellt hat. Was ich mitgenommen habe aus der Zeit ist, dass wenn jemand sagt, er bringt dich um, dass das nicht so unbedingt sein muss. Das war nämlich der Fall bei mir, weil wir haben die natürlich gehatet, die ganzen Pondi-Skims. Schneeballsysteme, wir haben die auseinandergenommen, haben den Leuten erklärt, schaut mal, da ist ein Backdoor oder da ist ein Bug, da kann man komplett Geld rausholen. Weil das seitens Admins und dass es ein Schneeballsystem ist und man hat ja manche schon bewiesen, dass das Ding dann irgendwann auseinanderfällt und am genaueren Zeitpunkt bestellt und so ein Zeug. Das war eine tolle Zeit, schafflose Nächte, drei, vier Stunden Livestreams fast jeden Tag, fast ein halbes Jahr, mehr als hundert Security Audits Livestreams. Und da habe ich dann einiges mitgenommen, ja, all die Hacks, die man halt so machen kann in Solidity, um Gas zu sparen, um das kosteneffizient zu bauen, ja. Der Ausgangspunkt von Bitcoin war ja schon, oder der Hauptpunkt, den es zu lösen galt, war quasi, wie verhindert man Betrug auf digitaler Ebene und überhaupt das System zum Laufen zu bringen. Ich glaube, man hat es im Kern, im Algorithmus, hat was hingekriegt, aber man kriegt diese menschlichen Komponente in allen weiteren Zwiebelringen, die sich darum ergeben. Du brauchst eben Miner und die müssen was betreiben und damit haben sie auch eine Frage. Zumindest einen Zugriff, ob daraus eine Beantwortung ableitbar ist, können wir ja nochmal diskutieren. Aber du kriegst dann die menschlichen Komponente wieder rein, das ist eben nicht nur das isolierte System. Was natürlich auch der Fall ist, im Kryptospace ist das historische Wissen darum, glaube ich, nicht besonders stark ausgeprägt. Man geht da neu rein, das sind junge Leute, die keinen Ansatzpunkt haben. Und das finde ich das Spannende bei DeFi, dass wir hier im Zeitraffer eigentlich die Historie wieder nachbauen, digital. Und jetzt aber an ähnliche Herausforderungen oder Fragestellungen kommen, die in der regulatorischen, in der regulatorierten Welt schon passiert sind. Und vielleicht ist es auch die richtige Diskussion, die man führen sollte, Leute aus der regulierten Finanzwelt mit entsprechenden Backgroundwissen mit DeFi-Pionieren zusammenzubringen und zu sagen, guck, naja, das ist der Grund, wieso es an der und der Stelle die und die Gesetze geht. Das heißt nicht, dass die alle gut sein müssen, aber es ergibt ein Stück weit, wieso wir heute Security, und die harte Security-Regeln haben die Fallen aus den USA, die die Standort setzen, was die harte angeht.